Ausgangspunkt ist dieses Bild einer Bar namens S-Bar. Wirklich ein genialer, kreativer und sicherlich einzigartiger Name. Und weil ein lustiges Wortspiel ja bekanntlich noch lustiger wird, wenn man es erklärt, mache ich das jetzt einfach mal. Und sprachwissenschaftlich interessant ist es noch dazu, weil man hier zwei der wichtigsten Wortbildungstypen gegenüberstellen kann. Die Komposition und die Derivation. Wie so viele Wortspiele basiert auch dieses auf einer semantischen Doppeldeutigkeit. Das Substantiv S-Bar könnte man als Bar, in der man auch essen kann, paraphrasieren. Das Adjektiv S-Bar heißt so viel wie kann man essen. Die beiden Bars sind hier aus semantischer Sicht Homonyme. Sie werden hier gleich geschrieben und ausgesprochen, hängen in ihrer Herkunft aber nicht zusammen. Die Bar wurde im 19. Jahrhundert aus dem Englischen entlehnt, während das andere Bar auf ein Adjektiv der Möglichkeit im Germanischen zurückgeht, das aus dem Verb bera tragen gebildet wurde. Dieses Verb haben wir im Neuhochdeutschen gar nicht mehr, es steckt aber noch im Wort gebären drin. Wichtig ist jedenfalls, dass die beiden Bars nichts miteinander zu tun haben. Das hat auch Auswirkungen auf die Morphologie. Wenn man die beiden Wörter in ihre Morpheme zerlegt, also in die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, sieht man, dass der Verbstamm S in beiden Fällen vorkommt. S kann zwar nicht einzeln als Wort stehen, es ist also gebunden, trägt aber eine eigene Bedeutung und ist somit lexikalisch. In dieser Hinsicht unterscheiden sich aber die beiden Bars voneinander. Das Substantiv Bar bezeichnen wir als frei, denn es kann ja alleine als Wort stehen, und lexikalisch, denn es hat ebenfalls eine selbstständige, vom Kontext unabhängige Bedeutung. Das Bar im Adjektiv S-Bar ist dagegen gebunden, es kann also nicht als eigenes Wort vorkommen. Außerdem ist es nicht lexikalisch, sondern es ergibt nur im Zusammenhang Sinn. Stattdessen ist die Bedeutung grammatischer Natur, denn das Bar ermöglicht die Bildung eines neuen Wortes. Diesen Wortbildungstyp bezeichnet man als Derivation, auch Ableitung. Dementsprechend ist Bar hier ein Derivationsmorphem, genauer noch ein Suffix, da es hinten an eine Basis, in diesem Fall S angehängt wird. Im ersten Fall ist dagegen kein Derivationsmorphem im Spiel. Hier werden einfach zwei Basen aneinander gehängt. Es handelt sich um eine Komposition, auch Zusammensetzung. Damit dieser Unterschied noch klarer wird, nun noch ein paar weitere Beispiele für Kompositionen und Derivationen. Schreibtisch ist ein Kompositum, das ebenfalls aus einem Verbstamm und einem Substantiv besteht. Noch häufiger werden einfach zwei Substantive miteinander verbunden, wie etwa in Apfelsaft. In Fußballtor ist der Bestandteil Fußball bereits selbst ein Kompositum. Das Deutsche ist ja bekannt dafür, dass es sehr lange Wörter bilden kann. Auch Adjektive wie Feuerrot können Komposita sein. Weitere Beispiele für die Derivation sind Schönheit, Bergig, Fahrer und Ärztin. Hier wird genau wie bei S-Bar das Derivationsmorphem hinten angehängt. Man bezeichnet dies als Suffigierung. In Wörtern wie verlassen und unsicher liegt eine Präfigierung vor, denn fair und un werden vorne angehängt. In seltenen Fällen wird vorne und hinten gleichzeitig etwas angehängt, wie hier Geschiebe. Ge plus e ist hier das Zirkumfix. Der Wortbildungsprozess ist dementsprechend die Zirkumfigierung. Für solche Affixe, das heißt Präfixe, Suffixe und Zirkumfixe zusammengenommen, ist typisch, dass sie reinbildend sind, sie also an viele Basen angehängt werden können. Zum Teil können auch mehrere Derivationen hintereinander stattfinden. Beispielsweise können wir mit bar gebildete Adjektive zu Substantiven machen, indem wir mit Keit ein weiteres Suffix anhängen. Und natürlich können Derivate dann auch Konstituenten von Kompositionen sein. Ein komplexes Wort kann sich also aus mehreren Kompositionen und Derivationen ergeben. Manche Affixe sind jedoch mehrdeutig, das heißt sie modifizieren die Basis auf unterschiedliche Weise, was für Deutschlernende natürlich schwierig ist. Vor allem fair ist ein berüchtigtes Präfix. In vergrößern heißt es so viel wie etwas größer machen, es wird also ein Prozess ausgedrückt. Bei vergolden müsste man hingegen eher von einer Anreicherung sprechen. Ganz anders ist es in sich verzählen, hier drückt das fair einen Fehler aus. Dies sind nur drei von mehreren Fällen. Dadurch kann ein Wort in mehreren Bedeutungsvarianten vorkommen, wie etwa verschreiben. Der Schüler verschreibt sich und die Ärztin verschreibt das Medikament. Bei bar ist das wesentlich einfacher, es drückt so gut wie immer die Bedeutung kann man x aus. Und es ist sehr erfolgreich. Mit dem Suffix bar fungiert heute das produktivste Modell de-verbaler Adjektivbildung. Heißt also mit bar können aus sehr vielen Verben Adjektive gemacht werden. Es gibt aber auch ein paar Verben, bei denen das nicht möglich ist. Außerdem haben wir auch noch ein paar Wörter, die nicht auf Verben zurückgehen, so zum Beispiel wunderbar. Früher konnten sich auch Substantive wie wunder mit bar verbinden. Wie auch diese Grafik zeigt. Das ursprüngliche Wortbildungsmuster war also tragend bzw. fähig, x zu tragen und somit noch näher an der ursprünglichen Bedeutung von bärern. Wie bei vielen Wörtern hat auch bei bar eine Entkonkretisierung stattgefunden. Es wurde also auch in allgemeineren Kontexten verwendet. Viele frühere Wörter sind heute gar nicht mehr im Gebrauch. Im Nibelungenlied ist zum Beispiel von Helden Lobbe-Bären die Rede. Heute würde man lobenswert oder löblich sagen. Falls Sie das interessiert, finden Sie in Nübling 2013 einen kurzen Überblick über die Entwicklung von bar. Heute ist jedenfalls nur noch das angesprochene Muster Kann man x-dominant. Die Zeit wird aber zeigen, ob es wirklich unkaputtbar ist.